verabschieden wollen sondern auch mal aus. Oh Gott, dieses Dreckszeug hier. Achso. Ich bin drüber gesprungen so ein paar Mal, dann hab ich irgendwie nix abgekriegt. Ich hab auch noch drüber gelaufen. Ganz schnell. Kann ich auch die große Tür wegmachen? Normalerweise schon. Aber für wie viel reicht das im Mietopf? Ich nehm die untere Tür. Bist du jetzt davor? Warte, noch nicht. Ich geh jetzt grad mal da rein. Ich wähle jetzt schon mal den Säuretopf. So, Säuretopf. Ich werd's jetzt für anwenden. Ja. Ja. Okay, hat sie aufgelöst. Ich geh jetzt noch in den nächsten Raum. Raffinerie. Und dann mach ich aus, egal was passiert. Ist auch Raffinerie reingegangen? Gott. Ja. Bin grad im Ladebildschirm. Okay. Das Bild ist noch angenehm, sag ich jetzt mal. So, jetzt. Aus. Ja. Speichern und beenden. Speichern und beenden. Yep. So, das war die erste Wunde am Niz hier, würde ich sagen. Ja. Hat schon mal gereicht. Klingt jetzt ziemlich komisch. Wieder mal. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mir geht das nicht. Das waren jetzt C&C Profile. Und wir werden demnächst weiterspielen. Macht's. Ich wünsche ne gute Nacht. Bis dann. Beenden.